Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Yoga. Hallo. Hallo Nathalie. Hallo Johanna. Wir zeigen euch heute ein paar Übungen, die wir mit dem Kniekissen machen. Da kannst du einfach sehen, dass du ein bisschen gelenkschonender auch üben kannst. Manchmal sind die Böden recht hart und wenn man dann noch eine ziemlich dünne Matte hat, dann ist es manchmal, wenn man viel macht, nicht ganz so freundlich für die Gelenke. Deswegen machen wir heute drei Positionen, dass ihr sehen könnt, wie man die einsetzen kann. Wenn du kein Kniekissen hast, kannst du die Matte auf doppelt oder dreifach legen oder du schiebst irgendwas anderes drunter, was dich ein bisschen polstert. Los geht's? Auf geht's. So und zwar starten wir im Vierfußstand und du hast das Kissen schon unter deinem linken Knie und dann streckst du mal dein rechtes Bein nach hinten raus. Du brauchst gar nicht so hoch nehmen. Füße, Fuß zu dir rangezogen, genau. Dein Hüftknochen hier, derzeit nach unten. Dein Bein ist so leicht nach innen gedreht. Spür diese Spannung im Bauch. Lass den Rücken ganz gerade. Wunderbar. Atme ganz tief ein. Im Ausatmen ziehst du dein rechtes Knie zur Brust ran und stellst den Fuß mal vorne ab. Genau. Wunderbar. Heb die Arme dann nach oben. Atme ein. Ganz viel Länge in den Flanken. Zieh die Schultern tief und atme aus. Einmal mehr einatmen. Kannst du in der Ausatmung ein bisschen weiter nach vorne sinken in deiner Hüfte und hast die schöne Polsterung unter dem linken Knie. Einmal mehr ein. Ausatmen. Schultern tief. Dann lass die Arme rechts und links sinken und greif die Hände hinter deinem Rücken. Alle Finger ineinander. Streck hier die Arme durch, so dass du schon dein Brustbein heben kannst. Die Faust ziehst du ein bisschen weiter nach hinten und dann lehnst du dich nach vorne mit deinem Herzraum neben dein rechtes Knie. Wunderbar. Atme tief ein und aus. Der hingebungsvolle Krieger, der kleine. Lass den Kopf gerne hängen. Atme tief in den Rücken ein und aus. Und einmal mehr. Faust Richtung Decke und Kopf Richtung Boden. Wunderbar. Und dann rollst du schon wieder nach oben zurück. Richte dich auf, löst die Arme für einen Moment. Kannst die Hände ein bisschen ausschütteln. Sehr, sehr gut. Geht das noch auf dem Knie? Ja, sehr Wunderbar. Dann kannst du hinten deine Ferse mal Richtung Po ziehen und greifst dir dein Sprunggelenk. Ja, super. Und auch hier versuch dein Brustbein nach vorne oben zu ziehen. Die Schultern tief und die Ellbogen kannst du aufeinander zunehmen. Genau. Du hast eine Dehnung in der linken Oberschenkelvorderseite und kannst ganz stabil und geschützt auch noch in eine sanfte Rückbeuge gehen, indem du dein Brustbein nach vorne oben ziehst. Bauch fest. Atme einmal mehr hier ein und aus. Und dann wirst du den Fuß schon wieder los. Wunderbar. Hebe die Arme nochmal nach oben. Einatme. Bring die Hände zum Boden zurück nach vorne, rechts und links neben deinen rechten Fuß. Streck dein rechtes Bein wieder nach hinten. Da kommst du her. Genau. Atme nochmal ein hier. Drehe die Hüfte nochmal. Geschlossene Hüfte. Fußflex. Ausatmen. Bring Knie neben Knie und komm in eine Kindeshaltung. Hier kannst du natürlich das Kissen zur Seite nehmen, so dass du nicht unterschiedlich hoch mit deinen Knien bist. Und hier machst du Pause. Tief ein, in den Rücken und aus. Kannst deine Ellbogen Richtung Boden hin entspannen. Ja. Einmal mehr ein und aus. So, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Sequenz. Dir geht's gut, oder? Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Und wenn ihr das übt, zweite Seite nicht vergessen. Wir haben jetzt nur eine gezeigt. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.